Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Willkommen zurück auf Phas LP. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder zurückgekommen auf die Sanctuary, haben das Kammerschlüsselfragment bei Tennis abgeliefert und sollen jetzt mit Lilith sprechen, die wieder vorne auf der Brücke ist. Da machen wir uns fix auf den Weg. Was soll das heißen, eine Sirenen-Schülerin? Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith, aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Oh, wie nett von dir. Ich habe wirklich Herzblut reingesteckt. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch zwei. Was soll das alles, Lilith? Wieso ist Marley One auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher, aber die Kalypsus scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir, sogar mehr als Tennis. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben Sie Marley One befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lille, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke. Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu, ich ziehe ungern verwendeten Kante, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich, ja, hier noch Deutsch. Oh, und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt hat. Also, äh... Mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete. Reese, Ende. Na, klasse. Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lillis meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Laser-Tag im Weltall. Joa, ne? Ein riesiger Laser... Deine Tattoos. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Hey, lass dich mal blicken, wenn du Zeit hast, ja? Ja? Hey, ich hab da was für dich. Kammerjäger, ich hab ne Mission für dich. Hyper-mega-dringend. Ich hab ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Du musst sie für mich holen. Ja, klasse. Wann anders vielleicht? Hallo? Quest? Ich würde hier gerne meine Quests durchschalten, aber der lässt mich nicht. Hallo? Ja, eigentlich will ich ja die Antrequest machen. Hier. Log. Lazy Attack im Weltall wollte ich eigentlich machen. Ganz schön viele Nebenmissionen noch offen. Aber nicht so wichtig. Hier, Lazy Attack im Weltall. Das will ich machen. Begib dich zum Meridian Metroplex. So, wir gehen mal in die Orbit-Ansicht. Auf Athenas gibt's auch ne Mission, aber wir wollen erstmal nach Promethea zum meridianischen Stadtrand. Sehe ich das richtig? Und dann hier zur Landekapsel. Da wollen wir hin. Glaube ich. Hoffe ich. Sehen wir gleich, ob ich da richtig gelandet bin. Oder ob ich mich da vertan habe. Zurück nach Meridian. Begeben wir uns jetzt zum Meridian Metroplex. Das sieht gut aus. Da sind wir richtig gelandet. Und helfen dem guten Reese mal ein bisschen. Nehmen wir die Laserwaffe von Katakawa ausschalten. Und nebenbei in einem quasi noch dann das Kamerschlüsselfragment mitnehmen. Aha. So ein bisschen eingewöhnen an die an die Waffe. Ja. Damit kann man arbeiten. Definitiv. Also nicht wortwörtlich. Ja. Ich bring dich um. Ja, das haben wir wohl. Haben wir wohl ein bisschen umgebracht, die Kollegen. die Wretchlings und Wretches. So. Weiter geht's. So. Das Clap-Trap-Teil, das haben wir schon auf unserem ersten Besuch hier in Meridian mitgenommen. Bei unserem ersten Besuch. Aber wir hätten auch hierhin schnell reisen können. Wir wären ein bisschen näher gewesen. aber passt schon. So dann hier durch. Dann hier hoch. Und dann müssen wir hier hoch. Dafür müssen wir aber wohl erst außen rum laufen, glaube ich. Geld nehmen wir mit. Geld nehmen wir mit. Munition ist voll. So wie es aussieht. So wie es aussieht, kann ich mir hier mal kurz eine Karre rauslassen. dann können wir damit nämlich hier ein bisschen ein bisschen schneller vorankommen. wie wenn ich das jetzt alles laufe. Ja, Feuerwerk, schön. So, hier haben wir den Boost. Fällt mir sehr gut. Ich lasse mich jetzt mal nicht von den Kollegen hier aufhalten. Muss nur gucken, ob ich richtig fahre. So, hier rechts ist noch irgendwas und da oben ist noch ein Ziel. Ähm, ja, keine Ahnung. Guck mal hier rechts. Ein Schwebe-Technical. Ja, nett. Meridian Metroplex. So, da müssen wir hin. Flups. Und dann schauen wir mal, wo denn der gute Laser vom Herrn Kadagawa ist. Ich, vor allem ich. Da trübe ich noch nur Clap-Trap-Teil. Kammerzeit, Baby. Treff mich bei... Startrampe 7. Maliwan hat den Laser abgeriegelt. Deine Landekapsel käme nie an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei. Aber ich habe ein hochmodernes Atlas-Schiff mit Tarnvorrichtung. Der Plan lautet, zur Orbital-Plattform hochzufliegen und den Laser zu zerstören. Bevor... Ja. Okay. Das ist das Ziel. Ja, läuft. Ich kann quasi mit zwei Schüssen mit meiner Shotgun ein ganzes Auto von denen zerlegen. Not that bad. Suborditaler Raumhafen. Gefällt mir. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Hier kriegt man doch gleich Besuch. Ich sehe es doch schon wieder. Weiter geht's! Moin! Moin! Oh je, die Armen. Wir haben hier komplett zerlegt. Von meiner coolen neuen Waffe. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Stadtrampe 7. So, da ist ja schon der Reese. Da bist du ja! Mein Schiff ist da vorn. Hochmoderne Atlas-Tarnvorrichtung. Hier lang! Nein, 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 nein! Ja. Reese. Belagert und beschneuzert. Das war's wohl mit deinem tollen Schiff. Hast du über die bedingungslose Übernahme nachgedacht? Oder brauchst du noch eine Ohrfeige von deinem alten Kumpel Laseroid, um deine Meinung zu überdenken? Hm. Fick dich! Komm einfach mit dem Vertrag vorbei, wenn du soweit bist. Ich freue mich darauf, Atlas in der Maliwan-Gruppe aufgehen zu sehen. Oh, du kannst auch Zero mitbringen. Ich wette, das interessiert ihn. Lieber sterbe ich, als Atlas diesem aufgeblasenen Zisselpunkt dazu überlassen. Neuer Plan. Neuer Plan. Wir stehlen ein Maliwan-Shuttle mitsamt der Sicherheitsprotokolle. Hier, nimm. Nimm das Viperlaufwerk. Okay. Das nehmen wir mit. Also, ähm, das Viperlaufwerk ist Atlas moderne Form des Remote Hackings. Damit stehlen wir ein Maliwan-Shuttle. Machst du mit? In Gedanken bin ich schon dabei. Und der Schneuzer? Junge, dazu gibt's sicher eine Geschichte. Konzentriere dich. Finde einfach ein Maliwan-Shuttle und stecke das Viperlaufwerk ein. Ich mach den Rest. Belagert und beschneuzert. Ja. Das ist definitiv lustig. Okay. Zeit, das Viperlaufwerk auszuprobieren. Steck es in die Konsole. Gut. Das machen wir. Ja. Sie müssen wo rein, wo sie unerwünscht sind. Das Viperlaufwerk von Atlas hilft. Hochmodern. Wir sind drin. Sehr schön. Hi-Five. Irgendwer? Okay, okay, schon gut. Hey, äh, meld dich, wenn du dort bist. So, komm, komm, schon, komm, schon. Darüber werden noch Lieder gesungen. Ach, Lieder. Ja, guck mir was. Gerne. Das hier ist auf jeden Fall schnell erledigt. Hier haben wir ein tolles Schiff. Das werden wir uns jetzt gleich mal schnappen. Begib dich nach Skywell 27. Und los geht's. Ab nach Skywell 27. Da ist der fette Laser. Ich bin da, Mann. Schöne Aussicht. Hat das tatsächlich funktioniert? Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Keine Killersphären in Sicht. Killersphären, ja? Nicht wichtig. Nach Zeros Informationen treibt dein Kammerschlüsselfragment den Laser an. Wir müssen nur den Kontrollraum finden. Geh zum Haupttor. Keine Killersphären. Ja. Noch nicht. Ich komme sicher gleich, so wie ich das Spiel kenne. Und dann hat er nicht das Problem, sondern wir haben dann das Problem mit Killersphären. Ich sehe es kommen. Schauen wir uns hier erstmal um. Relativ trist und karg die Landschaft hier. Aber gut. Nicht so wichtig. So, da hat es noch ein paar Automaten. Schauen wir da mal noch kurz vorbei. Er hat es auch noch ein paar kleine Kisten. Wie immer schön looten, looten, looten. Alles mitnehmen. Hier. Keine Kiste wird verschmäht. Alles klaro. Und weiter geht's. Auf unserer Reise. Begib dich zum Haupttor. Das machen wir doch. Klatt. Das ist dieser Nara. Katagavas Vergnügungsjagd. Ah ja. Man sagt, dass er seine Geschwister bei einer Party darauf umgebracht hat. So wurde er zum Direktor für Fusionen und Übernahmen bei Maliwan. Das ist sympathisch. Dein Vorsichtig. Man muss sich erst an die geringe Schwerkraft gewöhnen. Deswegen können wir so hochspringen. Ja, auch gut. So. Dann geht's, glaube ich, da drüben weiter. Ja, wir können sehr, sehr weit springen. Finde ich jetzt nicht so negativ. Sorgt eher dafür, dass wir hier schön alle Bereiche erreichen können. Und auch hier ohne Probleme rüberkommen. So. Kollegen. Wie geht's euch so? Kommt, wir reden ein bisschen. Wenn ich denn die Falle mache, mach nicht deinem Vorgesicht. Ja. Das waren die Kollegen. Da kommen wir nicht durch. Da hat's auch wieder so einen Typhon-Lock. Mal finden, wo der ist. Dann nehmen wir den natürlich mit. Und hier geht's weiter. Maliwan-Module-Bereich entdeckt. Hier oben drauf ist der irgendwo, der Typhon-Lock. Aber da komme ich gerade nicht hin. Und da komme ich auch nicht rüber. Gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Und gucken wir uns hier um. Da kriegt man wahrscheinlich gleich Ärger, wenn die bemerken, dass wir hier sind. Finden die sicherlich nicht so gut. So. Sind schon mal einer weniger. Zwei weniger. Ah, da kommt immer frischer Nachschub. Schön. Drei weniger. Wo haben wir denn noch Kollegen? Da haben wir noch einen. Ja, geh ruhig mal in Deckung. Das klingt ja gar nicht so viel, wie du denkst. So. Da rennt noch irgendwo einer. Ach, da fliegt noch einer rum. Oh, ein Jet-Soldat. Moin. So bist du mir unsympathisch. Du bewegst dich so viel und so schnell. Jetzt nicht mehr. So bist du mir am liebsten. War das alles hier? Wäre ein bisschen dürftig, oder? So. So eine Malivor-Modul-Basis hier. Und dann sind da vier, fünf Handzelle, die hier rumlaufen. Ja, gut. Ich meine, über zu wenig Widerstand will ich mich ja auf keinen Fall beschweren. Wer bin ich, dass ich sowas tue? So. Ganze Kohle mitnehmen. Schrank auf. Ach, moin. Kommt irren her, ihr zwei. Blitzis. Ja, gut. So. Gucken wir uns hier drin noch um. Vielleicht führt der Weg zu dem Typhon-Lock nach oben. Dann können wir uns den noch anhören. So. Hier alles schön looten. Dass sie ja auch immer so viele Kisten hat. Ich meine, ist ja toll, aber dauert dann halt eine Weile. Hier die Looterei. So, hier ist der Typhon-Lock. Nachdem ich die Kammer gefunden hatte, ist mir der ganze Ruhm zu Kopf gestiegen. Anfangs habe ich saure Gurken an Weißen verteilt. Doch schon bald habe ich mir Häuser und Yachten aus werkovianischem Schinken gebaut. Und ich habe jede Menge Geld auf der Rage-Rennbahn verloren. Bald war ich pleite. Sie haben meine Schinkenjagd gependet. Packers erkundete inzwischen die benachbarten Asteroiden nach Reichtümern. So bin ich an die Sache mit Skywall gekommen. Mann, war das ein Fehler. Ja. Der ist ein bisschen durchgeknallt, habe ich so das Gefühl. Der gute Typhon-Delian, erster Kammerjäger. Aber gut. So ist er halt. Das können wir ja nicht ändern. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen, machen wir hier ein kleines Folgen-Präuschen. Das war es also von dieser Folge hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weiter geht in Richtung Haupttor. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.